Julia wird euch mal die ersten neuen Frühjahr-Sommer-Teile zeigen von 2018. Wir haben die auf der Messe ausgesucht, wir waren auf der Fashion Week in Berlin und ich war fix und fertig, aber ich glaube wir haben richtig klasse Firmen gefunden. Ich hoffe sie gefallen euch und es werden noch viele viele kommen. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke selbstverständlich der Julia, ich danke meiner Kamerafrau und ich wünsche mir den Weltfrieden. Macht's gut! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Halt, ich habe noch etwas vergessen. Dabei ist es so wichtig. Ihr seid alle berufstätig. Wir haben alle keine Zeit mehr. Deshalb biete ich euch Folgendes an. Ich biete euch an, ihr ruft mich an, wir machen einen Termin aus und ich bin für euch da. Ob es 8 Uhr ist, egal, 9 Uhr. Einfach, wenn ihr Zeit habt, dann kommt ihr. Dann bin ich nur für euch da. Also, ihr braucht keine Hemmungen zu haben. Ruft mich an. Ich bin zu jeder Uhrzeit für euch da. Ja, der Kunde ist König und das ist er bei mir wirklich. So, jetzt wünsche ich euch vielleicht meinen letzten freien Abend. Aber ich tue es ehrlich gern aus vollem Herzen. 37 Jahre. Ich habe ja als Kleinkind das Geschäft schon eröffnet. Und nach 37 Jahren hat sich so viel verändert. Und ihr könnt wirklich das Angebot gerne annehmen. Und es muss euch nicht peinlich sein. Es ist mir eine Ehre, euch zu bedienen. Jetzt habe ich alles gesagt. Einen schönen Abend für euch. Und schlaft gut.